NDR Schlager im Norden zu Haus NDR Schlager im Norden zu Haus NDR Schlager Norddeutschland Kompakt NDR Schlager NDR Schlager der Nachmittag NDR Schlager im Norden zu Haus NDR Schlager Nachrichten NDR Verkehrsservice A7 Hannover Richtung Hamburg Zwischen Dreieck Hamburg Südwest und Waltershof 8 Kilometer stockender Verkehr für Lkw Und die A21 Bagterheide Richtung Kiel ist zwischen Trappenkamp und Bornhöved wegen Bauarbeiten noch bis morgen 5 Uhr gesperrt Eine Umleitung ist eingerichtet NDR Schlager im Norden zu Haus NDR Schlager mit uns durch die Nacht NDR Schlager Plattdeutsch NDR Schlager Herzlich Willkommen zur Plattdeutschen Stunde hier bei NDR Schlager im Norden zu Haus Von Montag bis Freitag hören Sie immer ab 19 Uhr ein plattdeutsches Format aus den NDR Landesfunkhäusern Heute aus dem Landesfunkhaus Hamburg NDR Schlager In Norden zu Haus Top 15 Die Hörerhitparade von NDR Schlager Bei uns entscheiden Sie NDR Schlager NDR Schlager Im Norden zu Haus NDR Schlager NDR Schlager Im Norden zu Haus In Norden zu Haus NDR Schlager Vielen Dank.